Auch wenn Sie sich total fick fühlen und mit voller Kraft durchs Leben gehen, es gibt so viele Gefahren für Ihre Gesundheit. Selbst wenn Sie sich bisher in jedem Level Ihres Lebens gut geschlagen haben, böse Überraschungen lauern überall. Eine sehr reale Gefahr sind häufige Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Mit einer Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt können Sie sich eine Menge Ärger sparen. Denn früh entdeckt sind Krankheiten effektiver zu behandeln, was Folgeerkrankungen verhindern kann. Als gesetzlich Krankenversicherter haben Sie zwischen dem 18. und dem 35. Lebensjahr einmal den Anspruch auf den allgemeinen Gesundheitscheck. Ab 35 können Sie alle drei Jahre zum Check gehen. Und so läuft die Untersuchung ab. Level 1 – Das Gespräch Der Arzt befragt Sie zu Beschwerden, Vorerkrankungen und Krankheiten in der Familie. Außerdem prüft er Ihren Impfpass. Level 2 – Die körperliche Untersuchung Dabei untersucht der Arzt Organe wie Herz und Lunge sowie den Bewegungsapparat und auch die Sinnesorgane. Außerdem misst er den Blutdruck. So kann er die Risiken besser einschätzen, zum Beispiel die Gefahr eines Herzinfarktes. Level 3 – Die Blutprobe Sie wird im Labor ausgewertet und gibt Ausschluss über Cholesterin- und Blutzuckerwerte. So kann der Arzt unter anderem erkennen, ob der Verdacht auf Diabetes besteht. Bei Menschen unter 35 Jahren wird die Blutprobe nur bei entsprechendem Risikoprofil genommen. Alle, die älter als 35 sind, können ihre Blutprobe auch einmalig auf eine Hepatitis B oder C Virusinfektion untersuchen lassen. Ein weiteres Zusatzlevel, ebenfalls für Versicherte, die älter als 35 sind, ist die Urinprobe. Sie gibt vor allem Hinweise auf Nieren- und Blasenerkrankungen. In einem zweiten Termin teilt Ihnen der Arzt das Ergebnis mit. Bei Verdacht oder Diagnose einer Krankheit folgt natürlich eine Behandlung. Außerdem erhalten Sie Tipps für eine gesunde Lebensweise. Machen Sie Nipps beim Gesundheitscheck und wappnen Sie sich gegen gefährliche Gegner. Denn im echten Leben gibt es keinen zweiten Versuch. Setzen Sie Ihre Gesundheit nicht aufs Spiel.